Musik Willkommen im BAZ Esslingen Wir zeigen jetzt die verschiedenen Berufe und was wir ihnen alles anbieten. Auf jeden Fall geht es da vorne zur Tür rein. Wir gehen jetzt ins BAZ rein. Musik Hier kann man die Bilder sehen zu den bestimmten Berufen hier im BAZ, was man als Ausbildung machen kann. Musik Kommen wir zum Kaffeeraum, wo wir drin sitzen, wenn es regnet. Die kleine Küche hier tun wir Speisen vorbereiten, wie wenn wir Kuchen machen oder so und die große Küche belegt ist. Dann kochen wir hier immer für das Mittagessen, wie gesagt, wenn die große Küche belegt ist. Hier, es gibt eigentlich alles, wo man braucht, Gewürze, ein Schrank, Messer. Hier befindet sich unser Waschraum. Hier wird unsere Wäsche getrennt nach Farben und gewaschen. Hier befindet sich der Computerraum. Hier machen wir Dinge wie Word oder Wochenbericht schreiben. Oder wenn wir irgendwas wie Test schreiben oder so am Computer, das machen wir alles hier. Das war unser Video zum BAZ. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und haut rein! Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.